Guten Morgen! Guten Morgen, Marco! Dreckschen, wir machen da mal Druckplatten. Da ist ein Knopf. Ja, Knopf drücken. Ich war so frei und hab einen Knopf hingebaut. Ein Holzknopf. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dreppen runterlaufen ist cool. Dreppen hochlaufen ist nicht so cool. Die Weisheit des Tages. Cool oder nicht cool? Das ist hier die Frage. Ich sollte mal ein bisschen mehr Cobblestones mitnehmen. Cobblestones. Pflastersteine sind das ja. Stimmt. Ja, da hast du recht. Oh, ich hab den einen... Jetzt war ich oben und hab den einen Diamond nicht... ... in die Kiste gemacht. Und ich hab schnell wieder Redstone gefunden. Das dumpfe Gefühl. Dass das unsere Map ist. Unsere Map? Ja, Redstone. Ja, Redstone. Was ist denn das überhaupt? Was macht man damit? Oh. Oh Gott, ich hab das schon so lange nicht mehr gemacht. Sven hat mich voll an den alten Server echt. Haben wir so... ...weiße... ...Steine? Weiße Steine? Wolle oder was? Nein. Jetzt halt. Ich hab schon, ich hab schon. Weiße Steine. Sieht doch mal schön aus. Was sind weiße Steine? Diese Sandstones. Smooth Sandstone nennen die sich. Aha. Das hast du gemacht. Ja, tu nicht so, als würdest du sie jetzt kennen. Ich... ...ich bin der Miner. Mache... ...die harte Arbeit. Mehr mach ich nicht. Unsere Mine bräuchte auch noch so n'n Dach. Unsere Mine bräuchte n'n Dach. Ja, der Eingang ist so... ...so... ...einfach ein Loch im Boden. Auf. Ja, genau. Ah, ich weiß, was du meinst. Oh Gott, Gravel. Ist echt das Schlimmste beim Miner. Wo? Also irgendwas gefällt mir mit der Treppe nicht zu den Farmen nach oben. Ja, die passt gar nicht rein. Das müssen wir noch irgendwie mal ändern. Ähm... So, dann leuchte ich mal hier... ...hier... 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 ...und da aus. Tja. Hm. Hast du das Gefühl, dass wenn man jetzt... ...die... ...ähm... ...Werkzeuge repariert, dass die Haltbarkeit irgendwie... ...mehr... ...also... ...also es quasi mehr repariert, wie früher. Also... ...kommen wir zuvor, ich weiß nicht. Weisheit des Tages Nummer 2. Was machst du eigentlich, hä? Du platzierst irgendwelche Blöcke und die Leute schauen dir zu und... ...ich tanze auf dem Dach. Tanze auf dem Dach. Super. Alle Testis schauen mir zu. Ähm... ...ich hab jetzt geplant hier irgendwo mal so eine... ...verbrennungsanlage zu bauen... ...mit ganz vielen Öfen. Verbrennungsanlage. Ich überlege grad, ob wir dazu den Schmied irgendwo umbauen. Ach, du meinst ne... ...ne... Höhöhöh... ...Hütten. Dürfen wir das Wort überhaupt sagen? Das war... Wir müssen eigentlich aufhören, so viele Insider zu bringen. Stimmt. Checkt ja niemand. Ähm... Das erklären wir euch mal, wenn ihr... ...erwachsen seid. Wahrscheinlich haben wir... ...wir haben ganz viele erwachsene Zuschauer. So. Ihr dürft mir das sagen? Das ist aber ne ganz miese... Das war ne ganz miese Geschichte. Das ist... ...die ist nicht nett. Anderes Thema. Überspringen wir das. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Testis sich mit Absicht mir in den Weg stellen. Ver... ...piss... Das ist... ...das ist immer der gleiche. Der stand schon vorhin da oben. Der mir Flint ins Team verkauft. Der mir Flint ins Team verkauft. Ausraster des Tages Nummer 1. Oh. Haben wir sieben Emeralds? Der verkauft mir ne Schaufel. Jetzt... ...haut doch mal alle hier ab. Ich baue hier. So viel haben wir noch nicht. Wir haben noch gar keinen. Ich hatte hier ne ganz tolle Idee für die Verbrennungsanlage. Verbrennungsanlage? Brennerei. Nennen wir sie Brennerei. Brennerei. Das hat sich ja schon mal viel besser aneinander. Verbrennungsanlage. Ich habe ja gedacht, das wäre so ein... ...so ein... ...Laberloch, wo du deine Sachen reinschmeißt. Hahahaha. So, ich habe mal den Schmied... ...erweitert bitte. Ich erweitere ihn. Dann sieht er so richtig cool aus. Okay, das war jetzt irgendwie grad doof. Was hast du wieder gemacht? Ich habe es verkackt. Nur Probleme mit dir. Boah. Jetzt verkauft er hier Äpfel. Hau doch ab. Hau. 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 Ich weiß, was ich bauen könnte. Den... ...ääh... ...den Kohlespender für... ...8 Kohle. Ja stimmt. Das könntest du machen. Oh. Ich habe es eigentlich gerade bauen. Oh Gott. Wir brauchen ja nicht mal. Doch, brauchen wir schon. Wir brauchen, doch. Klar, das ist cool. Doch, nehmen wir ihn. Ich habe vergessen, wie man ihn baut. Muss ich erspicken. Ja, das ist oft so. Wir haben schon so viele Sachen gebaut und... Gott. Oh Gott. Okay, ich glaube... Wenn ich jetzt so dran denke an die Pfeif und Pfeiftür... ...weiß gerade auch nicht, wie man sie einfach so bauen würde. Jetzt müsste ich nochmal draufschauen auf die Map. Mich reinversetzen. In die Pfeif und Pfeiftür. In die Pfeif und Pfeiftür. Dann wird es wieder gehen. Das ist vielleicht eine Katastrophe. Naja, ich... ...baue das... Aber welche Kohle haben wir dann? Jetzt! Okay, das ist der Schmied, der darf hier zugucken. Ähm... Extra Genehmigung. Das gibt's doch nicht. Ich... ...mach ein Loch auf und... ...es kommt einfach so ein Test, die so... ...als Kamikaze Bomber angestürmt und springt ins Loch hin. Hau doch ab! Hau doch ab! Oh, ich hab ne Idee. Komm! Spreng! 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 Nein, warte, ich hab noch ne Kiste. Also wir bauen daraus keine Schaufel, kannst du am besten daraus ne Hoe bauen. Ja, Diamond Hoe. Holz, Holz, Holz. Wir brauchen ordentlich Holz vor dir. Da ist Kohle, da ist... Soll ich mir die Steine reinmachen? Ah ne, für Kohle braucht man nur... Eine Kiste für Kohle reicht für Skavion. Ja, wo soll ich dir die Steine reinmachen? Äh, ja, da irgendwo... Ähm, Kohle... Äh... Gehirn-like... Äh, Kohle kommt jetzt halt hier zum Schmied runter. Okay. Okay, oh Gott, die Sonne geht schon wieder runter. Na, ich auch. Oh, was ist das? Ich erweitere hier mal so ein bisschen. Aha, aha. Ah, ich baue die Kiste mal hier rein. Oder wollen wir den Schmied so aufmachen, dass das so ein offenes Haus ist? Ja, mach mal. Und ich, äh, wir sollten dann gleich mal in die Haier gehen. Ah jo, ah jo. Und dann gucken wir mal. Wir testen dieses... Die verschwinden schon alle? Ähm... Ah ne, die kann ich jetzt... Weißt du, auf was ich mich am meisten freue? Auf eine Bulette? Nein, die Lichter in unserer Stadt zu machen, die dann automatisch angehen in der Nacht. Oh ja, ein Tag-Nacht-Sensor. Ja, ja. Ähm... Das wird cool. Automatische Lichter und so, ja. Doch, das wird cool. Ähm, sag mal... Jetzt hast du aber die Ansprüche ganz schön... ...hoch gestellt. Ach, das ist doch gar nichts. Ich sollte erstmal hier... ...bisschen... ...ja... ...farmen. Oh, stimmt. Du wolltest ja schlafen gehen. Immer schlafen. Du bist hier ja gar nicht. Aber wie du heuer? Da tanzen zwei Testis auf deinem Bett. Und der andere ist bei mir im Boden. Bei mir auch. Die Kartoffelnasen da, ey. Leg die jetzt hin. Gute Nacht, Doktor. Gute Nacht, Marco. Gute Nacht, ruhig und so, ja. Wir ziehen hier weiter, ey. Du bist so... これ ist die Bege indebt. Wir sind, glaube ich. Wir fühlen. Sie verstehen uns denn, das ist k提示. Vielen Dank.